Mit Ron habe ich jetzt die letzten Jahre in unserem Kraftraum extrem viel Basketball gespielt und haben uns viele Duelle geleistet und ich muss leider sagen, dass ich oft den Kürzeren gezogen habe gegen Ron. Deswegen werde ich mir dieses Jahr hoffentlich einen schwächeren Gegner suchen. Basketball war immer ein Interesse von mir, aber nie in dem Rahmen, wie jetzt der Fußball mein Interesse ist und deswegen lag der volle Fokus eigentlich immer auf dem Fußball. Da habe ich auch einen Verein gespielt und Basketball war dann eher so bei uns zu Hause im Hof mit meinem Bruder. Die Kapitänsrolle macht mich auf jeden Fall auch ein bisschen stolz und freut mich sehr, dass ich da auch gewählt wurde vom Trainer und ich werde die versuchen, so gut es geht auszufüllen. Ich werde so ein bisschen in meinem eigenen Stil machen. Ich werde mir die Jungs eher in Vier-Augen-Gesprächen nehmen, wenn es mal was anzusprechen gibt. Ich bin jetzt nicht so der Spieler, der da irgendwie rumschreit und Aggressivität oder sonst irgendwas ausstrahlt. Ich gehe das alles ein bisschen ruhiger und gesitteter an und so will ich das auf jeden Fall ausführen. Bis zum nächsten Mal.